hallo mein name ist markus kruzek von kruzek software in diesem video zeige ich ihnen fünf tricks wie sie mehr zeit für sich und ihre mitarbeiter gewinnen ich treffe viele führungskräfte im callcenter und kundenservice die nicht zu dem kommen was sie gerne machen stattdessen nerven dinge wie das datenmanagement oder die reporterstellung vielleicht geht ihnen das genauso zeitsparer tipp nummer eins einfache einrichtung von kampagnen sie wissen am besten welches ziel der kunde mit der kampagne erreichen will und wie die oberfläche für die mitarbeiter gestaltet sein muss warum sollten sie nicht selbst die kampagne über einen grafischen workflow designer per track und drop zusammenstellen machen sie sich unabhängig von der it zeitsparer tipp nummer zwei schnelle einarbeitung von mitarbeitern mit dem interaktiven gesprächsleitfaden führen sie den mitarbeiter sicher durch das gespräch komplexität wird so reduziert und mitarbeiter finden sich schnell in neuen kampagnen zurecht zeitsparer tipp nummer drei einfaches datenmanagement quälen sie sich nicht mit dem datenmanagement in der callcenter software agwip legen sie einmalig import oder export filter an und führen das per knopfdruck einfach erneut aus oder sie verlagern die im und exporte auf den hintergrund prozess der erledigt das zuverlässig und zeitgesteuert für sie zeitsparer tipp nummer vier reports auf knopfdruck auftraggeber wollen wissen wie die kampagne läuft dazu sind reports notwendig call center software stellt diese reports auf knopfdruck bereit soll es doch etwas individuelles sein bietet die integrierte reporting engine alle möglichkeiten automatisiert zeitgesteuert in unterschiedlichsten ausgabeformaten zeitsparer tipp nummer fünf entlasten sie den mitarbeiter von routinetätigkeiten agenten sind für kunden da nicht um briefe oder e mails zu schreiben das telefon zu bedienen oder zum faxgerät zu laufen das kann ihnen alles die call center software abnehmen geben sie den mitarbeitern den spaß am kunden dialog zurück schaffen sie sich die freiräume die sie für sich benötigen geben sie routinetätigkeiten einfach an die call center software ab sie haben fragen und möchten mit mir über ihre aktuelle situation sprechen dann vereinbaren sie ein kostenfreies und unverbindliches strategie gespräch in diesem gespräch analysieren wir ihre situation und zeigen ihnen ideen beispiele und lösungen für ihre wünsche und anregungen